Hallo zu den täglichen Zehen. Heute habe ich für dich die Übung Nummer 9. Wir trainieren heute unsere Up-Duktoren, unsere seitlichen Beinmuskeln und vor allem unseren Po. Du brauchst ein kurzes Ringband. Komm in die Seitlage und wickle das Elastofitband um deine Beine. Dein Körper bildet eine Linie. Für eine bequemere Hüftlagerung kannst du dir auch hier ein Handtuch drunter legen. Deinen Arm kannst du als Kopfpolster nehmen. Leichte Bein-Innen-Rotation, der Arze zeigt zur Decke und die Zehen bleiben angezogen. Unteres Bein bleibt liegen und das obere geht in Spannung nach oben. Atem fließen lassen. Deine Körpermitte bleibt dabei komplett ruhig. Langes Teraband, kurzes Ringband und die täglichen Zehenbroschüre kannst du nach wie vor unter www.sportland.noe.at erwerben.